Die Lösung besteht durch Ihre Einfachheit. Das ist vor allem daran, dass auch der Benutzer, der damit arbeitet, relativ einfach damit umgehen kann. Er startet seinen Webbrowser und hat eine Time Machine, wo er ganz normal darauf navigieren kann, wie er es von einem Mac zum Beispiel hier kennt. Der Nutzen, den er daraus hat, ist, dass er die Rechtskonformität auch im Web einhalten kann, einerseits. Das sind die Compliance-Themen. Es gibt aber auch Möglichkeiten im E-Business-Umfeld, wenn Sie Geschäftsprozesse im Web haben, dass Sie sagen können, wir können diese nun auch durchgehend, ohne Medienbrüche abbilden. Wir können den Wissenserhalt vereinfachen, weil es wird sehr viel Wissen im Web publiziert oder erstellt oder kommt zustande, das sind Wikis oder Bloginformationen etc. Wir können die IT vereinfachen, indem man sagt, die Web-Archivierungslösung ist unabhängig. Das heisst, egal was für Web-Systeme oder Applikationen Sie haben, die Informationen gelangen nachher in Ihr SAPIREN ECM. oder Besten im Web-Archivierungslösung ist unabhängig. Untertitelung des ZDF, 2020